Hey ihr Rebellen, kennt ihr das auch, wenn ihr euch so richtig aufregen wollt beim Videospielen, weil euch irgendwas so wirklich auf den Sack geht? Ja, ich kenn's und die nächsten 5 Kandidaten in dieser Liste, die kenn's auch. Platz Nummer 5 Dieser Herr hier hat es nur auf Platz Nummer 5 geschafft, weil er sich nicht wirklich wegen dem Spiel aufgeregt hat, sondern wegen den Leuten, die nicht aufhören konnten, ihm auf den Sack zu gehen. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn manche Menschen einfach nicht verstehen, wann es genug ist, dann haben sie auch wirklich verdient, dass man ihre Tastatur, ihr Handy und ihren Laptop zerstört. Und jetzt sage es um, sage es wieder. Dich, ab dich auch zu machen. Und du kennst mich. Und du kennst mich. Und du kennst mich. Und du kennst mich. Du bist. So fuhr, ich bin, bin, bin. Oh, mein Gott. Was du? Was du? Oh, ja? Oh ja, was du? Wie das? Shawn! Shawn, was du? Shawn, was du? Oh, Gott! Shawn! 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 Calm down! Who ist es? Seriously, du? Ja, braun! Für Platz Nummer 4 spreche ich sofort mal ne Kopfhörerwarnung auf, dreht den Sound lieber ein bisschen runter. Momentan sieht dieser Herr hier zwar noch sehr gechillt aus, aber wartet nur darauf was passiert, sobald sein echt nicht sehr professioneller Engage nach hinten losgeht. Platz Nummer 3 wird belegt von Kiraflax, das ist ein professioneller Smash Spieler, der ist bei so ziemlich jedem Turnier, bei dem er mal nicht so gut abschneidet, es doch eher an seinen Mitmenschen auslässt. Man muss beachten, seine Pose in der er anfängt aufzustehen und im Stehenspiel, dann heißt this shit just got serious. Platz Nummer 2 wird von dem einzigen Deutschen in der Liste belegt, der kann es nicht leiden, dass er in FIFA verliert, aber zum Glück haben wir den Fernseher, an dem er seinen Frust auslassen kann. Ey! Alter! Ey! Nicht an, Junge, bist du fähig! Der ist so... Alter! 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 Junge, chill mal, Junge! nicht so... Ja, ich kann nicht sein! Ich kann nicht sein sein! Öz! J coher mal, Junge! мелнич sein! Bis dahin! J Wag, bist du sein ... die Tröme hier rausgegado! Dann bin ich... Komplik Ihr Scheinnen, bei Netflix und Egσ psicologisch angehen! Two verdäumen Arbeit her. Es gibt so einige Spiele, bei denen es wirklich gerechtfertigt ist, sich aufzuregen, unter anderem Smash, League of Legends, FIFA, haben wir alles hier schon gesehen. Guitar Hero ist allerdings eins, was ich nicht dazu zählen würde, vor allem eins, was es nicht rechtfertigt, zuerst seine Gitarre fallen zu lassen und dann seinen eigenen Bruder an die Wand zu drücken und anzugreifen. Ein verdienter Platz Nummer 1, aber holy shit, Dude, hol dir Hilfe, du brauchst sie. Haben wir irgendwelche legendären Rage-Momente vergessen oder kennt ihr selbst welche? Habt ihr vielleicht sogar selbst schon welche erlebt? Dann schreibt es doch in die Kommentare, hinterlasst ein Like und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe von Game Rebel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.